Pflanzen können. Ja, aber trotzdem von einem braunen Holz umgearbeitet, welche Lust. Das weiße Ganze hier so. Die Weißen sind auch scheißig, weil... Ja, ich mal. Ja, so weiße. Ich auch. Ah, ein Torn. Ein Wasser. Ja, sag das mal. Ich bin zwar selber, weil ich war... Innerlich nicht. Das stimmt. Das hast du schon gemerkt. Von innen. Boah. Zweitertig. Zweitertig. Ich werde kein Holzmarken, weil ich glaube, dass du Röntgen kohlenst. Ja, ich wollte an. Ja, ich wollte an. Ich will alles an. Ich habe eine Höhle von. Cool. Ich lege rein. Mit dem ganzen Holz. Ja, der liegt. Ja, und das ist eine Sackgasse. Und jetzt kommt von oben drei Creeper, genau. Ist der nicht? Ja. Schade. Ich hätte ich ausgelacht. Hm, ich bin auch. Ah, ich bin so ein Obmann. 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 Das stimmt. Ich habe einen Röbsen gehört. Ah, nee, war nur ein Hund. Genau so wie ein Alarm. Live. Schön, live. Ich muss klacken. Nein, Spaß. Der Spruch musste einfach sein. Ich muss dein Bro abseilen. Und scheiße, hier morgen kommst du so an. Yo, Bro. Tschüss, Bro. Auch wenn ich einen Hundescheiß trete, hier oben. Ach ja, wir brauchen noch eine Treppe nach oben, die mache ich dann auch mal. Yo, Bro, what's up, motherfucker? Bro. Mm, Bro. Mm, Bro. Oh, no, Bro. Hast du das gesehen? Was? GTA wie, ah, nix. Oh, ja. Keine, kein Spoiler, you know. Oh, no, Bro. Ich bin so, weil sie immer so nicht synchron war, dass das 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 nicht so gut ist. Oh, no, Bro. Was hast du getan, Bro? Yo, Bro. Ich habe alle bescheidigt, so, yo, Bro. Aber die Versten. Freitag, ins Klo. Spoiler, 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 spoiler. Hm, geht her, wieder Spoiler. Gefällt mir. Hm. 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 Ja, 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 Treppe, und noch ne Treppe. Jo, Treppe. Was wird, es geht da nur unter. What the hell, it's on, ey, yo, was ist so ne? Was ist so ne? Was ist so ne? Sonne ist hell. Was ist hell? Ich sitze jeden Tag in mein Dunkel. Mein Arsch, mein Vollmond. Also ich sitze jeden Tag in mein... extra gedung, äh, verdunkelte Zimmer. Mit meinem schönen Monitor. Doch das war auch Helligkeit einstehen. Ist das hell? Brightness, ist das hell? Brightness, ist das hell? Hm, na ja. Es gibt mir schon hier die ganzen Effekte als Brightness und Contest. Ist das hell? Hm. Brightness. Ich bin dunkel. Ich seh' einen Creeper vor mir. Ich hau' einfach weiter Holz. Jo. Hm. Holz hat gemacht Spaß. Die Diamante hat schon fast kaputt. Ne. Nicht. Nicht. Schade. Ich hätte nicht ausgelacht. Wieso mich? Sind unsere Diamanten. Ich hätte nicht ausgelacht. Und du mich. Ja. Dann hätte ich mich selber ausgelacht. Ne, du dich selber. Ja, das ist fair. Ja, das ist fair. Ja, das klingt fair. Da stimme ich mit deinem. Äh, das stimmt. Na, da bin ich einverstanden. Agree, bro. Thumbs up. Ich habe gar nichts für. Boah. Aller Oh. Nein. ι erst in diesem ganzen Tag ist nun nun hat irgendwas was ist hier so von diesen Sachen an die Spuren KitKat Snickers Mars Boundy und Milky Way was findet ihr am besten um und ich hab die Katzen geißen und so jetzt sehe ich noch mal die Steck mit dem Betrieb 1 2 1 2 3 4 5 und dann noch mal 17 Prozent Prozent verarbeitet aber wenn die zwei Stecks von dem Brauen lassen nö von dem Brauen ich weiß auch von Weiß auch so ein Zehn vielleicht also zehn zehn Steine n n n die gleiche n nur aufschwerten Schraube tisch ich mache es mal neue Kiste so irgendwie oder ist irgendwo noch eine leere Kiste wir haben eine Holzkiste also wo Holz mit drin ist, dann muss das irgendwie mit reinschmeißen aber sortiert ich glaube unten rechts da in der Ecke also Holz haben wir erstmal keine Probleme jetzt kommt es morgen also ein paar später, also gleich schluss, unser Holz ist leer genau das ist ja bitter ich weiß nicht, was ich aus Holz mache ja ja, ich mache jetzt erstmal das Dach fertig nee, ich mein Dach, oh das kannst du wegmachen du kannst an die andere Seite gehen okay nee, die Seite ist fest die, die, nee die, die ist fest, die will ich nicht oh, das verfickte Tor mh, 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 mh mh, mh so mh, 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 mh mh, 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 mh mh ich wollte den letzten Stein setzen nö, sehe ich nicht ein den macht jetzt wieder weg, nö so und so nein nein ah, so ich wollte nie alt sein so so mein hihihi 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 ach guck mal ein Dach Was ist mein Dach? Fall nicht runter. Du auch nicht, guck mal. Okay, 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 okay. Einfach was essen. Wieso? Jetzt holt er seinen Diamantschett aus der Truhe. Nicht nur eins. Kommt das so, wie Akimbo in MV3. Genau. Das ist doch nicht klar. Kommt der noch mit zwischendurch. Left-Tent. Warte, ich hab grad ne gute Idee. Nein, hast du nicht. Ich will geh weh. Nein, ich hab noch Zaun, Alter. Das Zaun tut weh. Nein, es sieht schon aus. Nein, sieht gerade aus. Gut, die Fressen. Warte mal. So sieht. Mein Holz. Wichtig. Ja, geht, ne? Da müssen wir auch noch hier. Ne, gar nicht. Da drauf auf den. Ja, und dann verbinden. Das geht nicht, weil dann müssen wir hier die letzten Steine setzen, dann würde man mehr gehen. Ja. Ach, so ist das auch überall nicht, ob und deswegen sieht das schon scheiße aus. Hier so, das ist so was. Das macht einfach ganz weg. Na, sieht irgendwie. Weiß nicht. Sieht aus wie hingekrackt und dämlich ist. Hm. Komm, noch mal wieder. Hm. Ach, Leute. So, dann mach ich mal sieben. Zaun. Sieben Zaun. Jo. So sieht das doch schon besser aus, oder? Ich find schon. Ja, doch. Ich find da, das kann man so anbieten. Hm. Endlich haben wir da. Also kurze Aufnahmpause. Bis gleich.